Neulich war ich auf ne Party, so ne richtig smarten Party, alles war so prominent und exklusiv. Und ich guckte, und ich staunte, und ich lachte mich schief, was da so lief. Von Champagner und Hummer bis zu Strift ins Nummer, es war alles da, es war alles da. Ja, liebste dieses Kleines, eine Spur zum Mund, die sieht aber hässlich aus, das gönne ich dem. Finden die Beethoffens Leute auch so schön. Auf dem Höhepunkt des Festes legte mir die Frau des Hauses die brillant behängte Hand aufs Knie. Und sie sagte mir ins Ohr, spielen wir uns doch bitte mal etwas vor. Denn ich kenne ein paar Hörer von der Plattenindustrie, die interessieren sich für sie. Die investieren was in sie. Hey, hey, yeah! Nach dem schitten Glas ging ich ans Klavier. Sie sagten, ich hätte Talent und Stil. Und ob ich auch mal alte Kameraden spiel. Nein, ich war, ich habe eine Party, so eine richtig smarte Party, alles war so prominent und exklusiv. Und ich guckte, und ich staunte, und ich lachte mich schief, was da so lief. Und ich sagte, nein, danke, ich habe die ganze Party satt. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Hey, 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 hey. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017